Was? Warum denn? Ja, Hallihallo und einen wunderschönen guten Abend, meine lieben Kaspar und Kasparinnen. Hier ist wieder euer Schlafanzugpulli. Wir machen weiter mit unserer hoffentlich langweiligen Serie Neihschlafene mit Bumsti. Ja, es soll langweilig sein, denn man soll dabei ja wunderschön einschlafen. Und da kann man Spannung nicht besonders brauchen. Nach der Pilzgeschichte gestern, die auch für mich ziemlich einschläfernd war, obwohl wir ja keine Pilze gegessen haben, wir haben nur Pilznamen gehört, bin ich zwischenzeitlich fast vom Stuhl gekippt, dachte ich mir, wir machen mal was, was ich selbst schon längere Zeit gerne mal machen wollte, nämlich so eine Art Hörbuch. Ich persönlich höre gern zum Einschlafen Sherlock Holmes, am liebsten gelesen von Detlef Bierstedt. Der macht das meiner Meinung nach richtig schön. Und da gibt es ganz tolle Kanäle auf YouTube. Da haben sie Hörbücher von Helmut Bierstedt, die hört man sich dann an beim Einschlafen. Und wenn es fertig ist, haben sie dann hinten dran geschnitten. Erstmal 10 Minuten Bollywood-Musik auf volle Lautstärke. Dann nochmal die erste Viertelstunde des Hörbuchs. Das bedeutet, du schläfst, wirst aus dem Schlaf gerissen, weil Bollywood losballert. Und dann fängt die Story wieder an und du fragst dich, was soll der Scheiß? So ähnlich machen wir es auch, nur ohne Bollywood-Musik und ohne Laut und überhaupt. Aber bevor wir anfangen, erstmal Kultur, denn Kultur gehört dazu. Achtung, ich fange vorne an. Wieder ein klassisches deutsches Lied, das die Älteren von uns bestimmt noch kennen. Ein kürzeres Lied, aber umso schöner. Wir legen eine Falle, das wird das Beste sein. Denn dieser kleine Kalle fällt ganz bestimmt hinein. Und ist er drin, dann lassen wir ihn niemals wieder raus. Der Kalle hockt in der Falle wie eine arme Maus. Ergreifend, oder? Also ich bin da jedes Mal wieder ergriffen. Es ist einfach fantastisch. Ja, damit würde ich sagen, beginnen wir mit einem maximal langweiligen Let's Play. Natürlich ohne Strom, nein, nicht mit Strom schon, aber ohne Ton, denn wir wollen ja nicht gestört werden. Und während das Let's Play so vor sich hin dümpelt, versau ich euch den Arthur Conan Doyle, indem ich euch was von ihm vorlese und eventuell mal vom Thema abweiche. Aber ich hoffe, dass ich es wirklich schaffe, beim Thema zu bleiben. Das ist eigentlich mein Plan. So, jetzt kommt es. Habt ihr eure Kissen aufgeflufft? Das ist wichtig. Ihr wisst ja, die Mammuts. Kissen auffluffen. Kuscheldecke bereit. Kuscheltier auch. Ende bitte auf die Decke. Danke. Und der Stream geht los. Wie schön. Keine Sorge. Gleich kommt das Spiel und dann fallen die Augen zu und ihr seid weg. Und ich fange jetzt einfach hier schon mal an. Sir Arthur Conan Doyle Das getupfte Band und andere Detektivgeschichten Die Haushälterin hatte eben den Nachmittagstee hereingebracht. Nun zog sie die Vorhänge vor den Fenstern zu und zündete die Stehlampe an, die ein warmes Licht über den gedeckten Tisch warf. Das Feuer im Kamin verbreitete eine angenehme Wärme. Dr. Watson saß in einem bequemen Sessel und las, als sich die Türe öffnete und Sherlock Holmes eintrat. Das ist heute wieder mal ein Nebel, sagte er und rieb sich die Hände vor dem Feuer warm. Ein scheußliches Wetter draußen. Keinen Hund möchte man da hinausjagen. Dann wandte er sich dem Hausgenossen zu. Lieber Watson, geh doch mal zum Bäcker und hol ein paar Brötchen. Nein, Quatsch! Er fragt natürlich, Was liest du denn da so interessiert, Doktor? Watson legte rasch, fast in leichter Verlegenheit, die Blätter beiseite. Es waren eine Anzahl fortlaufender Nummern des Playboy. Telegraf, das ist das Telegraf. Ach, nichts weiter, sagte er in offensichtlichem Bemühen, der Sache keine weitere Bedeutung zuzuschreiben. Komm, setz dich lieber her und trinke gleich einen heißen Tee, wenn du so ausgefroren bist. Ausgefroren. Das ist auch ein interessantes Wort. Also durchgefroren kenne ich, aber ausgefroren habe ich so noch nie gehört. Damit füllte er ihm eine Tasse, rückte einen Sessel zurecht und bot ihm einen Teller mit belegten Broten an. Es waren genau zwei belegte Brote, eins mit Schinken, eins mit Ei. Kaum hatte Holmes sich gesetzt, so klingelte es. Sie stellten beide zugleich wie auf Verabredung ihre Tassen nieder, rannten zur Tür und brüllten Brunner von meinem Grundstück. Nein, Moment, sie lauschten nur. War es ein Besuch oder ein Ruf? Und wem von beiden mochte er gelten? Dr. Watson hatte zwar seit seiner Rückkehr aus dem afghanischen Feldzug, an dem er als Militärarzt teilnahm, offiziell noch keine Praxis aufgenommen, aber es kam doch vor, nicht nur ihm, dass er gelegentlich, etwa bei Unglücksfällen, zu dringenden Hilfeleistungen geholt wurde und sie dann selbstverständlich nicht verweigerte, es sei denn, es handelte sich um einen Kassenpatienten. Die Hausfälle darin kam herein. Ein Kind ist überfahren worden, Herr Doktor. Ich war's nicht, unterbrach Watson ihren Bericht und lief sofort weg. Nein, Moment, sorry, ich komme, unterbrach Watson ihren Bericht und stand sofort auf. Ein Mensch in Gefahr. Da wurde jede Frage nach Zeit und Wetter gleichgültig für ihn. Er eilte hinaus und Holmes hörte noch, wie er draußen mit einem Mädchen verhandelte, sich Name und Wohnung sagen ließ, während er alles Nötige zur Hilfeleistung einpackte. Gleich darauf fiel die Haustüre ins Schloss. Frau Hudson, das ist übrigens der Name der Haushälterin, der bisher noch nicht erwähnt wurde, ich weiß nicht, ist die mit dem Hudson vom Haus am Eaton Place verwandt? Ach, so hieß doch der Butler dort. Och, kennt ihr noch die eine Folge, wo dieser Earl of Hustle nicht gesehen zu Besuch kommt und Hudson kriegt vor lauter Aufregung einen Herzinfarkt und dann ist der Earl so enttäuscht, weil er unbedingt den legendären Hudson von seinem Butler grüßen sollte? Das war schon blöd. Aber es geht nicht um den Hudson, sondern es geht um die Hudson. Frau Hudson kam mit ihrem schweren Schritt, Frau Hudson kam mit ihrem schweren Schritt die Treppe herauf und verschwand in der Küche. Die Küche ist doch unten normalerweise. Oben wohnen Homes und Watson, unten ist die Küche. Aber okay, der kriegt das wahrscheinlich nicht so hin, das ist ja hier wie bei Schreckenstein, der Hassenkamp hat ja auch die Zimmerbelegen jedes Mal geändert, das war wild. Es war wieder still geworden im Hause. Nichts war mehr zu hören als das Auflackern des Feuers im Kamin. Der Lärm der Straße und der vorbeifahrenden Wagen drang nur gedämpft herauf wie etwas Fernes, das die Abgeschlossenheit dieses Raumes nicht stören konnte. Denn Holmes hatte Scheiben in den Fenstern, hat auch nicht jeder. Sherlock Holmes hatte seinen Tee getrunken. Nun saß er in behaglicher Entspannung zurückgelehnt in seinem Sessel und blickte gedankenverloren den blauen Wolken seiner Pfeife nach. Da fiel sein Blick auf die Zeitungen, die Watson achtlos liegen gelassen hatte und griff danach. Zuerst blieb sein Blick auf einem Artikel haften, in dem jemand sich weit und breit über die Notwendigkeit frühzeitiger Zahnpflege bei Kleinkindern ausließ, dann folgte ein Bericht über den Stand der übertragbaren Krankheiten. Fachsimpelei, die nur Watson angeht, dachte Holmes und war schon im Begriff, den Telegraph wieder wegzulegen, als er plötzlich seinen eigenen Namen darin entdeckte. Aha! Watson scheint mal wieder unter die Schriftsteller gegangen zu sein, murmelte Holmes vor sich hin. Er überflog einige Spalten. Spalten? Geht's da um Gynäkologie? Äh, achso, nein, Zeitungsspalten. Lächelte, legte die Pfeife aus der Hand, setzte sich bequem zurecht, suchte den Anfang und las das getupfte Band. Jetzt geht's eigentlich als los. Das Feuer war nur Geplänkel. Moment, ich trinke mal schnell einen Schluck. Vielleicht hört ihr das sogar? Nein? War zumindest kein Ausschlag, auf dem Mikro, also fangen wir jetzt endlich an mit der Story. Wir haben nämlich nicht mehr viel Zeit, das Video ist ja bald zu Ende. Das getupfte Band. Wenn ich meine Aufzeichnungen von den vielen absonderlichen Fällen überblicke, an denen ich während der letzten Jahre das Verfahren meines Freundes Sherlock Holmes studiert habe, so finde ich darunter manche von tragischer, einige von komischer Art. Sorry, war mein Fehler. Viele lassen sich einfach nur als merkwürdig bezeichnen, aber keine als alltäglich, denn da Holmes sich bei seiner Tätigkeit weit mehr von der Liebe zu seinem Beruf als von materiellen Gewinn bestimmen lässt, so lehnte er seine Mitwirkung stets ab, wenn die Nachforschungen sich nicht auf einen ungewöhnlichen oder geradezu rätselhaften Vorgang richteten. Unter all diesen verschiedenartigen Fällen weiß ich mich noch keines zu entsinnen, weiß ich mich jedoch keines zu entsinnen. Ja, ihr merkt, das ist ein One-Taker. Leute, die richtige Hörbücher aufnehmen, die schneiden das zurecht, das ist richtige Arbeit, die sitzen da Stunden. Ich mache das hier als One-Taker, da bleiben die Fehler drin, dann habt ihr auch was zu lachen und wenn ihr morgen früh wieder aufwacht, könnt ihr euch sagen, hoppla, was liest der Junge schlecht, das ist ja peinlich. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Ah, ja. Unter all diesen verschiedenartigen Fällen weiß ich mich jedoch keines zu entsinnen, die eine gleiche Fülle merkwürdiger Züge dargeboten hätte, wie der, welcher der bekannten Familie der Roylots von Stroke Moran in Sway spielte. Die haben aber auch Namen da. Können wir die Familie einfach Müller nennen? Dieses Ereignis fiel in die erste Zeit unseres gemeinsamen Junggesellenlebens in der Bakerstraße. Wie süß, die haben Baker Street übersetzt. Also gemeinsames Junggesellenleben, zwinker, zwinker, ihr wisst ja, damals war das noch nicht so, dass man das offen ausleben konnte. Ich würde es vielleicht früher schon veröffentlicht haben. Wäre mir nicht stillschweigen darüber auferlegt gewesen. Eine Pflicht, von der ich mich erst jetzt... Sorry, Moment, hab mich gleich wieder gefangen. Wäre mir nicht stillschweigen darüber auferlegt gewesen. Eine Pflicht, von der ich mich erst jetzt von... Ganz ruhig, Pulli, kannst du alles rausschneiden. Eine Pflicht, von der mich erst jetzt der Tod der Dame entbunden hat, in deren Interesse jenes Versprechen gegeben worden war. Vielleicht war es ganz gut, dass der wahre Sachverhalt jetzt ans Licht kommt, denn wie ich hörte, haben sich über den Tod des Dr. Grimsby Roylott Dr. Müller, in weiten Kreisen Gerüchte verbreitet, die jene Ereignisse noch grässlicher ausmalten, als sie in Wirklichkeit waren. An einem Aprilmorgen erblickte ich beim Erwachen Holmes vollständig angekleidet an meinem Bett. Er stand sonst gewöhnlich spät auf, und da die Uhr auf dem Kaminzims erst ein Viertel nach sieben zeigte, so blinzelte ich ihn einigermaßen überrascht, vielleicht sogar etwas ärgerlich an, denn ich ließ mich selbst nicht gerne in meinen Gewohnheiten stören. Ja, das kenne ich, ich hasse das auch. Ich bin zwar sehr flexibel, aber meine Gewohnheiten bleiben meine Gewohnheiten. Es tut mir sehr leid, dass ich dich wecken muss, Watson, sagte er, aber es geht heute Morgen keinem im Hause besser. Frau Hudson ist zuerst herausgeklopft worden, sie hat mich aufgeweckt. Und jetzt kommt die Reihe, an dich. Ja, es ist blöd gelaufen. Was gibt es denn? Brennt es? Nein, eine Klientin ist da. Eine junge Dame von auswärts, die mich durchaus sprechen will. Ja, natürlich will sie nicht sprechen, sonst wäre sie ja nicht gekommen, Junge, also ernsthaft. Sie soll in großer Aufregung sein. Sie wartet unten im Empfangszimmer. Sie haben unten ein Empfangszimmer. Sie hatten doch oben die Wohnung, Erdgeschoss, 17 Stufen hoch, oben die Wohnung, da haben die beiden gewohnt. Ein gemeinsamer Raum und jeder sein Schlafzimmer. Und in dem gemeinsamen Raum haben sie dann auch immer die Klienten empfangen. Seit wann haben die unten ein Empfangszimmer? Also ernsthaft. Wenn sich aber eine junge Dame in solcher Morgenfrühe nach London aufmacht und die Leute aus den Federn treibt, so wird sie wohl einen triftigen Grund dafür haben. Einen wirklich interessanten Fall würdest du doch gewiss gern von Anfang an verfolgen. Ich wollte dich deshalb unter allen Umständen wecken, um dich dieser Gelegenheit nicht zu berauben. Das war sehr nett von dir, mein lieber Junge. Natürlich möchte ich sie um keinen Preis verpassen. Seht ihr, jetzt sind die beiden wieder Freunde. Das ist doch schön. Ist ja auch blöd, wenn morgen mit Streit anfängt. Ich kannte keinen größeren Genuss als Holmes bei den Untersuchungen, die sein Beruf mit sich brachte, Schritt für Schritt zu begleiten und seine kühnen Schlussfolgerungen zu bewundern, die blitzschnell, als entstammten sie höhere Eingebungen und durch stets auf streng logischer Grundlage aufgebaut, Licht in das Dunkel der ihm vorgelegten rätselhaften Fälle brachten. Ich warf mich also rasch in die Kleider und war nach wenigen Minuten soweit, um meinem Freund nach dem Empfangszimmer folgen zu können. Eine schwarz gekleidete, verschleierte Dame saß am Fenster und erhob sich bei unserem Eintritt. Holmes stellte sich vor, begrüßte sie freundlich und erklärte ihr, indem er auf mich deutete, der da wohnt auch hier. Nee, hier ist mein vertrauter Freund und Kollege Dr. Watson, vor dem Sie Ihre Sache ohne Scheu vorbringen können. Frau Hudson hat ja Feuer angemacht, wie ich sehe, das war vernünftig von ihr. Bitte setzen Sie sich nur in den Kamin, äh, an den Kamin, ich lasse Ihnen gleich eine Tasse heißen Kaffee bringen. Sie zittern ja ordentlich. Ja, was zuckst denn so? Aber nicht vor Kälte, antwortete die Dame mit leiser Stimme, indem sie der Aufforderung Folge leistete. Weshalb denn sonst? Vor Angst, Herr Holmes, vor Schrecken. Wieso geht sie dann hin, wenn sie Angst vor denen hat? Ist die blöd? Bei diesen Worten klug sie den Schleier zurück und wir sahen nun, dass sie sich tatsächlich in einem Zustand starker Erregung befand. Ihr Gesicht war ganz verzerrt und aschfahl und sie blickste, sie blickte angstvoll um sich wie ein gehetztes Wild. Ihren Zügen und ihrer Figur nach musste man sie für 30-jährig halten. Allein ihr Haar zeigte bereits Spuren von Grau und es lag etwas Müdes und Abgenagtes in ihrer ganzen Erscheinung. Abgezehrt, sorry. Ja, manchmal lese ich irgendwie falsche Worte. Ich warte nur noch drauf, bis der erste Klingelständer aufkommt. Dann taucht, ja, dann kreist ja aber der Igel aber sowas von. Holmes musterte sie mit seinem alles durchdringenden Blick. Sie müssen keine Angst haben, sagte er in beruhigendem Tone, indem er sich über sie beugte. Wir werden gewiss bald alles in Ordnung bringen. Sie sind heute früh mit der Bahn angekommen, wie ich sehe. Kennen Sie mich denn? Nein, ich bemerkte nur die eine Hälfte der Rückfahrkarte, die sie in ihrem linken Handschuh stecken haben. Sie müssen früh aufgebrochen sein und hatten dann bis zur Bahn eine tüchtige Fahrt in einem Jagdwagen auf schlechtem Weg zu machen. Mit einem Ausdruck höchsten Erstaunen starrte die Fremde meinen Freund an. Sie brauchen sich nicht zu verwundern, von Holmes lächelnd fort. Ich treibe keine Hellseherei. Aber der linke Ärmel ihrer Jacke ist da nicht weniger als sieben Stellen mit noch ganz nassem Schmutz bespritzt. Kein anderes Fuhrwerk wirft aber so viel Schmutz auf wie ein Jagdwagen. Und am allerschlimmsten ist es vollends, wenn man vorne links neben dem Kutscher sitzt. Ja, in England sitzen die ja auf der falschen Seite. Ja, so doof. Das mag richtig... Ich fange nochmal an. Das mag sein, wie es will. Jedenfalls treffen sie mit ihren Schlüssen das Richtige, versetzte sie. Ich fuhr vor 6 Uhr daheim fort, brauchte 20 Minuten bis nach Leatherhead und traf mit dem ersten Zuge hier an der Waterloo Station ein. Es kann nicht länger sofort gehen. Ich halte es nicht mehr aus. Ich werde wahnsinnig. Ich habe gar niemanden, an den ich mich wenden könnte. Niemand, nur ein einziger Mensch nimmt Anteil an mir. Hä? Niemand, aber einer schon. Also okay, das ist dann aber kein Niemand. Ernsthaft jetzt. Aber helfen kann er mir auch nicht. Ach so. Okay. Man hat mir von Ihnen erzählt, Herr Holmes, eine meiner Bekannten, Frau Farrin Tosch, der sie einmal in ihrer schrecklichen Bedrängnis Beistand leisteten, hat mir ihre Adresse gegeben. Ach, meinen Sie nicht, Sie könnten mir vielleicht ebenfalls helfen und die furchtbare Finsternicht, die mich umgibt, wenigstens durch einen schwachen Schimmer erhellen? Mädel, das klingt, als würdest du einen Elektriker brauchen. Ich habe freilich jetzt kein Geld, aber in sechs Wochen oder einem Monat, sechs Wochen ist länger als ein Monat, normalerweise wird man sagen, in einem Monat oder in sechs Wochen, je nachdem, aber in sechs Wochen oder einem Monat, wenn ich verheiratet und im Besitz meines Vermögens bin, sollen sie mich nicht undankbar finden. Holmes entnahm seinem Schreibtisch ein kleines Buch mit Aufzeichnungen über frühere Fälle und schlug da hin nach. »Ferintosh«, murmelte er, »ah, ja, jetzt erinnere ich mich des Falles. Es handelte sich um einen Opalkopfschmuck. Klingt aber unbequem, Opal ist doch hart. Ich mag ja lieber weiche Mützen oder Hüte, oder Opal. Dann kannst du ja auch Beton auf den Kopf setzen. »Das war noch vor deiner Zeit, Watson. Ich kann Ihnen die Versicherung geben, dass ich mich ihres Falles mit demselben Interesse annehmen werde, wie damals der Angelegenheit von Frau Ferintosh. Über die Geldfrage möchte ich Sie beruhigen. Meine Belohnung finde ich einzig in meiner Tätigkeit selbst. Ja, so geht's mir auch. Doch es steht Ihnen frei, mir meine etwaigen Auslagen bei gelegener Zeit zu ersetzen. Und nun bitte ich Sie, uns alles mitzuteilen, was für die Beurteilung des Falles dringend von Wert sein kann. Wir können aber trotzdem weiterschlafen. »Ach«, begann die Fremde, »das Schreckliche an meiner Lage ist gerade, dass meine Befürchtungen zu unbestimmter Natur sind und mein Verdacht sich nur auf geringfügige Umstände stützt, jedem anderen bedeutungslos erscheinen. Selbst mein Verlobter betrachtet alle meine Vermutungen nur als Eingebungen meiner überreizten Nerven. Er sagt es nicht gerade hinaus, heraus, er sagt es nicht gerade heraus. Ich trinke erst mal einen Schluck, dann fange ich den Satz noch mal an. Wollt ihr auch einen Schluck? Müsst ihr euch aber selbst holen, ich habe nur ein Glas hier. Wenn wir alle aus einem Glas trinken, das wäre unhygienisch. Er sagt es nicht gerade heraus, allein, ich merke es an seinen beschwichtigenden Antworten und ausweichenden Blicken und an seinem lachenden Tippen an die Schläfe. Aber sie, Herr Holmes, sollen ja im Stande sein, wie nur wenige, das menschliche Herz zu durchbohren, äh zu durchschauen. Ihr Rat wird mir gewiss einen Weg durch all die Gefahren zeigen, von denen ich jetzt umgeben bin. Fragen, Fragen, mit D, mit Detlef, hob sie den Blick zu Holmes. Bitte, fahren Sie ruhig fort, ermunterte er sie, wieso so die Fortfahrung ist doch gerade erst gekommen. Ich heiße Helene Stoner. Vielleicht ist der Name bei ihr Programm und deswegen sieht sie Dinge, die sonst keiner sieht, das wäre ja auch möglich. Und wohne zusammen mit meinem Stiefvater an der Westgrenze von Surrey. Er ist der letzte der Royalords von Stroke Moran, die eine der ältesten Familien Englands waren. Sherlock Holmes nickte, der Name ist mir bekannt, sagte er. Ja, mir nicht. Die Familie gehörte einst zu den reichsten in ganz England und ihre Besitzungen erstreckten sich bis über die Grenzen der benachbarten Grafschaften hinaus. Im vorigen Jahrhundert jedoch kam der Besitz viermal hintereinander in leichtsinnige Hände. Er hat die Engelhorn wohl geerbt und hat alles verschenkt. Und als das Moment und als dann noch einer der Erben sich dem Spiel ergab, war der Ruin der Familie besiegelt. Ein paar Hufen Landes. Och wie süß die Reschen noch in Hufen. Das hatten wir in Deutschland auch mal. und der zweihundert Jahre alte Familiensitz, auf dem aber hohe Hypotheken lasteten, war alles, was übrig blieb. Der vorige Gutsherr harte noch bis zu seinem Tode dort aus, indem er das schwere Los eines verarmten Edelmanns trug. Sein einziger Sohn dagegen, mein jetziger Stiefvater, sah ein, dass er sich den neuen Verhältnissen anpassen musste. Er verschaffte sich ein Darlehen von einem Verwandten, das ihm das Studium der Medizin ermöglichte. Dann ließ er sich in Kalkutta nieder, wo er sich mit großer Willenskraft unter seiner tüchtigen Kenntnisse eine ausgebreitete Praxis erwarb. Im Jezorn über einen Diebstahl in seinem Hause erschlug er jedoch einen eingeborenen Diener und entging nur mit Mühe einem Todesurteil. Er erhielt eine lange Freiheitsstrafe, nach deren Verbösung er verbittert und enttäuscht nach England zurückkehrte. Während seines Aufenthalts in Indien heiratete Dr. Roylott meine Mutter. Das ist praktisch dann ist sie quasi Achso da war sie schon geboren deswegen ist er der Stiefvater okay. Die junge Witwe eines General Majors des General Majors Stoner von der bengalischen Artillerie. Meine Zwillingsschwester Julia und ich waren damals erst zwei Jahre alt. Die Mutter besaß ein Vermögen das etwa 1000 Pfund im Jahr einbrachte und dass sie unserem Stiefvater vollständig überließ mit der Bedingung im Falle unserer Verheiratung jeder von uns beiden eine gewisse Summe jährlich auszuzahlen. 1000 Pfund damals das war schon ein Haufen Geld. Wobei im Jahr für eine ganze Familie muss man sich doch strecken. Also die hätten vielleicht bei YouTube machen sollen oder Onlyfans oder beides. Bald nach unserer Rückkehr nach England kam meine Mutter bei einem Eisenbahn Unfall ums Leben. Es sind jetzt acht Jahre her. Nun gab Dr. Roylott seine Versuche auf sich in London eine ärztliche Praxis zu gründen und zog mit uns in das alte Stammschloss in Stoke Moran. Doch die Hinterlassenschaft meiner Mutter unsere Bedürfnisse Was lese ich da eigentlich für einen Schluss? Da die Hinterlassenschaft meiner Mutter unsere Bedürfnisse reichlich deckte, so hätten wir ein zufriedenes und glückliches Leben führen können. Warum habt ihr nicht? Verstehe ich jetzt nicht. Ah, es geht doch weiter, der Text deswegen. Jetzt kommt das Rätsel Lösung. Passt mal auf oder schlaft weiter, je nachdem. Also wenn ihr schlaft, ihr könnt ruhig weiterschlafen, gar kein Ding. Allein mit unserem Stiefvater ging plötzlich eine schreckliche Veränderung vor. Anstatt freundschaftlichen Verkehr mit unseren Nachbarn anzuknüpfen, Verkehr mit den Nachbarn? Was für ein Schweinkram jetzt hier auf einmal, die anfangs hoch erfreut darüber waren, wieder einen Stoke Moran auf dem alten Familiensitz einziehen zu sehen. Schluss er sich in sein Hause ein, und wenn er es jemals verließ, bekam er mit jedem, der ihm über den Weg lief, einen heftigsten Streit. Ein förmlich krankhafter Jezorn war überhaupt ein Erbstück der Männer in der Familie und bei meinem Stiefvater mochte das seinen langen Aufenthalt in den Tropen diese Eigenschaft wohl noch verstärkt worden sein. Wieso gibt es in den Tropen eine Krankheit Jezorn verstärken? Malaria gibt es aber Jezorn und eine Schlafkrankheit, aber da wird man eher gechillt, da schläft man eigentlich die meiste Zeit und prügelt nicht irgendwelche Leute kaputt. Die Folge war, dass er in eine Reihe hässlicher Streitigkeiten verwickelt wurde, die ihn zweimal vor Gericht brachten, bis er zuletzt der Schrecken des ganzen Dorfes war und alles bei seinem bloßen Anblick die Flucht ergriff, denn er besitzt eine riesige Stärke und kennt in seiner Wut keine Grenzen. An wen erinnert mich das? Gut, bis auf die Stärke, aber Jezorn, keiner im Dorf kann ihn ausstehen? Hm, keine Ahnung. Muss mal ganz kurze Pause machen. Kleinen Moment. So, jetzt kann es wieder weitergehen. Ich habe nochmal schnell die Stimme geölt und kurz durch geatmet. Also, wenn ihr Bock auf sowas habt, ich mache das gerne weiter. Müsstet das dann halt nur wissen, dann nehme ich die Videos früher am Tag auf, weil ich merke, wenn ich das jetzt spät, also ich gehe selbst gleich ins Bett, da ist man schon müde und man verliest sich am laufenden Bann, das ist ja furchtbar. Machen wir aber weiter im Text. Vorige Woche erst warf er den Dorfschmied über das Brückengeländer ins Wasser, ja in die Aurach, wie ein Dansbärter ihn von einem Ufer an den anderen geschmissen und ich musste alles, was ich an Geld hatte opfern, damit die Angelegenheit nicht vor Gericht gebracht wurde. Mit keinem Menschen hielt er Freundschaft, außer mit den herumziehenden Sinti und Roma. Sie durften auf den paar Morgen Brachland, die von dem ganzen Besitztum noch geblieben sind, ihr Lager aufschlagen. Oft kehrte er in ihren Zelten ein, ja, er begleitete sie sogar wochenlang auf ihren Wanderzügen. Eine leidenschaftliche Vorliebe hat er für indische Tiere, die er sich aus Kalkutta kommen lässt. Gegenwärtig besitzt er einen Leoparden und einen Pavian, die er in seinem Anwesen frei herumlaufen lässt und die den Dorfbewohnern denselben Schrecken einjagen, wie ihr Herr selbst, ja, sein Nachbar hat übrigens einen Löwen im Vorgarten. Nach dieser Schilderung werden sie mir sicher glauben, dass meine Schwester und ich kein leichtes Leben geführt haben. Ja, also in einem Haus, in dem ein Leopard frei rumläuft, würde ich mich jetzt nicht so sonderlich wohlfühlen und Paviane sind auch nicht ohne. Niemand wollte bei uns bleiben und lange Zeit mussten wir die ganze Hausarbeit allein verrichten. Och Gott schön, ihr Armen, habt ihr kochen und abwaschen müssen, das ist ja grausam. Obgleich Julia erst 30 Jahre alt war, als sie starb, hatte sie doch bereits graue Haare. Wie ich auch. Ihre Schwester ist also gestorben? Ja, das hat sie gerade gesagt, du Trottel, hör ihr halt einfach mal zu. Und wieso kriegen die mit 30 schon graue Haare, wenn sie ganz normale Hausarbeit machen? Ich meine, Menschen gehen jeden Tag arbeiten. Millionen Frauen, die auch Menschen sind, machen jeden Tag Hausarbeit. Also damals war das ja noch so. Damals sind auch etliche Frauen zumindest halbtags noch arbeiten gegangen und haben nebenbei noch Hausarbeit gemacht. Und die hatten auch keine grauen Haare. Was sind das für Weicheier, sag mal. Also ernsthaft. Ja, es ist gerade zwei Jahre her und von ihrem Tode möchte ich Ihnen eben genaueres mitteilen. Wo vertragt er sowas gruseliges jetzt so kurz vorm Einschlafen? Ach, ihr könnt euch einfach die Ohren zu halten. Ich sage euch dann, wenn es vorbei ist. Sie werden verstehen, dass wir unter diesen Umständen wenig Gelegenheit zum Verkehr mit unseres gleichen hatten. Verkehr mit unseres gleichen, das kann man jetzt aber auch anders verstehen. Nur bei unserer Tante Honoria Westphail dürften wir von Zeit zu Zeit einen kurzen Besuch machen. Sie ist eine unverheiratete Schwester meiner Mutter und wohnt in der Nähe von Harrow. Vor zwei Jahren lernte Julia bei einem solchen Besuch über Weihnachten einen auf halb sollt gesetzten Major der Marine kennen, mit dem sie sich verlobte. Unser Stiefvater erhob gegen die Verbindung keine Einwendung, allein 14 Tage vor der Hochzeit trat das schreckliche Ereignis ein, das mich meine einzigen Gefährtin beraubte. Also meine Vermutung wäre jetzt der Stiefvater versucht die Ehe der Töchter zu verhindern, weil sie dann ja Bahne bekämen und dann hat er weniger Bahne. Wäre so meine Vermutung. Holmes, der mit geschlossenen Augen in seinem Armstuhl zurückgelehnt, den Kopf im Kissen vergraben zugehört hatte, schlug nun die Lieder ein wenig auf und warf einen Blick auf die Erzählerin. Bitte vergessen Sie nicht den kleinsten Umstand, sagte er. Das wird mir nicht schwerfallen, denn alle Vorgänge dieser entsetzlichen Zeit stehen mir unauslöchlich im Gedächtnis. Das Wohnhaus ist, wie gesagt, sehr alt, auch wird zur Zeit nur der eine Flügel bewohnt. Die Schlafzimmer befinden sich im Erdgeschoss, während die Wohnzimmer im mittleren Stockwerk liegen. Von den Schlafzimmern hatte das erste unser Stiefvater, das zweite meine Schwester und das dritte ich selbst. Eine Verbindung zwischen ihnen besteht nicht, dagegen führen alle drei Türen auf denselben Gang. Ich spreche doch verständlich vollkommen. Die Fenster der drei Zimmer gehen auf den Rasenplatz vor dem Hause. An jenem schrecklichen Abend also zog sich unser Stiefvater zeitig in sein Schlafzimmer zurück. Trotzdem wussten wir wohl, dass er sich noch nicht zur Ruhe begeben hatte, denn meine Schwester wurde durch den Geruch der starken indischen Zigarre belästigt, die er zu rauchen pflegte. Sie kam deshalb in mein Zimmer herüber, um noch eine Zeit lang mit mir über ihre bevorstehende Hochzeit zu plaudern. Es war elf Uhr, als sie mich wieder verließ. An der Türe blieb sie jedoch stehen und schaute noch einmal zurück. Sag mir Helene, fragte sie, hast du jemals ein Pfeifen vernommen, wenn nachts alles totenstill ist? Nein, niemals, ich auch nicht, ihr, vor allem, weil, sobald es pfeift, ist es ja nicht mehr totenstill. Das ist schon wieder ein Widerspruch, also, der Ronen Doyle, der hat ja eigentlich gar keinen Bock mehr gehabt auf Holmes. Da hat er unfassbar viel Kohle damit gemacht, weil er keinen Bock mehr auf Holmes hatte und er hat nicht gedacht, ich verlange einfach was hat der Verleger gemacht, er hat gesagt, du willst mehr Geld, da hast er und jetzt schreib. Ja, so kann es auch manchmal gehen, ich glaube, das war schon, als er keinen Bock mehr hatte, also, pfeifen während es still ist, wie soll das gehen, jetzt hör mal auf, also, ernsthaft, veralbern. Ich habe auch schon gedacht, vielleicht zeichst du es, die nachts im Schlafe pfeift. Und ihr jemand, der nachts im Schlaf pfeift, also meine Freundin ausdenken, die hat mal im Schlaf gesungen, einmal hat sie mir eins auf den Kopf gehauen und mich dann gefragt, ob ich wogegen gelaufen bin, aber gepfiffen hat sie noch nie. Aber du glaubst doch auch nicht, dass das sein kann. Du wirst nicht, warum denn? In den letzten Nächten ertönte etwa um drei Uhr morgens ein leiser, heller Pfiff. Ich habe einen leichten Schlaf und bin daran aufgewacht. Woher der Laut kam, kann ich nicht sagen, vielleicht aus dem Nebenzimmer, vielleicht auch vom Vorplatz herauf. Ich dachte, ich wollte dich doch fragen, ob du es auch gehört hast. Also wenn du jede Nacht etwa um drei Uhr einen Pfiff hörst, dann bleib halt einmal auf und hör genau hin, wo er her kommt. Kann ja so schwer nicht sein. Nein, ich habe nichts gehört. Das muss von dem Sie unten im Park herkommen. Höchst wahrscheinlich, aber es wundert mich doch, dass du es nicht auch gehört hast, wenn es wirklich von unten kam. Ich schlafe eben fester als du. Nun, es ist jedenfalls nichts von Bedeutung, versetzte sie lächelnd, damit schloss sie die Tür und wenige Augenblicke darauf hörte ich, bis ihre Türe abschloss. Schlossen sie sich denn nachts regelmäßig ein, fragte Holmes, stets. Und warum taten sie das? Ich glaube, ich habe bereits erwähnt, dass unser Stiefvater eine Tigerkatze und einen Pavian hielt. Wir fühlten uns deshalb nicht sicher, wenn unsere Türen nicht verschlossen waren. Ja, das kann ich verstehen, also, ich waren, weil ein Pavian gerade auf mir sitzt, oder ein Leopard war es, glaube ich, hätte ich sogar keinen Bock drauf. Ja, freilich, bitte, fahren Sie nur fort. Ich konnte in jener Nacht keinen Schlaf finden, da hätte sie mal eins von meinen Neuschlaf Videos gehört, aber nee, hat wahrscheinlich noch kein Internet damals. Ein unbestimmtes Vorgefühl drohenden Unheils bedrückte mich. Sie erinnern sich, dass ich und meine Schwester Zwillinge waren. Zwillinge? Hat sie das gesagt? Und sie wissen sicher auch, wie eng man da miteinander verbunden ist. Ja, besonders bei siamesischen Zwillingen ist eine sehr enge Bindung. Jetzt war eine unheimliche Nacht. Draußen heulte der Wind, drinnen heulte ich, äh, nein, Quatsch, und der Regen schlug klatschend gegen die Läden. Plötzlich tönte ihn mitten durch das Toast. Nein, Quatsch, Plötzlich ertönte mitten durch das Trosen des Sturmes ein wilder Angstschrei. Ich erkannte die Stimme meiner Schwester. Rasch sprang ich aus dem Bett und stürzte auf den Gang hinaus. Während ich meine Tür öffnete, war es mir, als hörte ich ein leises Pfeifen, wie meine Schwester es beschrieben hatte, und wenige Augenblicke darauf ein klingendes Geräusch, wie vom Fall eines Die Zimmertüre meiner Schwester war schon aufgeklinkt. Sie war aufgeklinkt. Habt ihr schon mal eine Tür aufgeklinkt? Ich nicht. Und öffnete sich langsam. Da vor Angst wartete ich auf den Anblick, der sich mir bieten würde. Da sah ich beim Schein der Flurlampe meine Schwester unter der Tür erscheinen. Schreckensbleich, die Hände hilfesuchend ausgestreckt, schwankte sie hin und her, als wäre sie berauscht. Ich eilte auf sie zu und schlang die Arme um sie, aber gerade in diesem Augenblick versagten ihr die Knie. Das reimt sich sogar und was es reimt ist gut. Sie stürzte zu Boden, band und krümmte sich wie in furchtbaren Schmerzen und ihre Glieder zogen sich krampfhaft zusammen. Da hat sie ihre Tage. Ganz einfach. Ich meinte habe mich nicht erkannt, aber als ich mich über sie beugte, stieh sie plötzlich mit einer Stimme, die ich nie vergessen werde, die abgebrochenen, undeutlichen Worte hervor. Oh mein Gott, Helene, es war Pünktchen, Pünktchen, Band, Pünktchen, Pünktchen, Ausrufezeichen, Pünktchen, Pünktchen, getupfte Band, Pünktchen, Pünktchen, Ausrufezeichen. Ich Pünktchen, Pünktchen, Ausrufezeichen gesagt, die muss wirklich auf Droge gewesen sein. Sie machte den Versuch, noch etwas zu sagen, wobei sie in der Richtung unseres Stiefvaters Schlafzimmer deutete, als ein neuer, kräztlicher Krampfanfall, der die Worte im Munde erstickte. Ich wollte eben unseren Stiefvater herbeiholen und rief laut nach ihm, da kam er mir bereits im Schlafrock entgegengeeilt. Als er zu meiner Schwester trat, hatte sie das Bewusstsein schon verloren. Er flößte ihr noch Kognak ein, oh, das ist gut, Kognak könnte ich jetzt auch, und ließ auch ärztliche Hilfe aus dem Dorf herbeiholen, ja, er hat den Wirt geholt mit noch mehr Kognak. Aber es nützte alles nichts mehr, sie wurde immer schwächer und starb, ohne, dass sie noch einmal zu sich gekommen wäre. Das waren die Umstände, unter denen ich meine geliebte Schwester verloren habe. Und das ist auch der Umstand, an dem wir dieses Video beenden. Wir warten morgen an dieser Stelle weiter. Bin schon gespannt, wie es weitergeht. Ich persönlich tippe auf eine Vergiftung, wahrscheinlich mit einem unsgemeinen Gift, allerdings, Moment, steht da, wie lange es gedauert hat? Nee. Okay, sie wurde immer schwächer und starb. Also, könnte jetzt Stunden oder Tage gewesen sein. Ich persönlich würde aufs Gift tippen. Ihr könnt ja auch mal eure, aber nicht heimlich vorlesen, um was es ging, oder wenn ihr die Sache schon kennt, dass ihr da jetzt spoilert. Ja, das wäre gemein. Übrigens, den Link haue ich euch natürlich unten rein. Ist ja alles beim Projekt Gutneberg. Finde ich sehr schön. Da gibt es ganz, ganz viele Sachen, wo das Urheberrecht an Luschen ist. Deswegen kann ich mich hier ganz schamlos bedienen. Ja, dann schlaft schön weiter. Wir hören uns eventuell morgen wieder. Guts Nächle und träumt schön von Pavianen, die euch in der Nacht wachrütteln und Tigerkatzen, die daneben sitzen und vielleicht einem leisen Griff, von dem keiner weiß, was er bedeutet. Ähm, sorry. Also, Guts Nächle. Ciao. 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 Ciao.